Ja, und es wird fleißig gefilmt hier auf der Demo von der Polizei. Also so viele Kameras habe ich bei uns in Berlin noch nicht gesehen. Eigentlich darf ja nur gefilmt werden, wenn strafbare Handlungen vorliegen. Die Polizei filmt aber trotzdem ununterbrochen aus mehreren Kameras. Die haben jetzt Informationen zur derzeitigen Situation am Hauptbahnhof oder in den anderen Lagern haben, sich vielleicht mal ein Lauti einzufinden, damit wir hier vielleicht nochmal einen flüssigeren Informationsstrom bieten können. Na, da nimmt sie gerade einen Stein in der Hand. Das richtig gesehen. Ja, hat er. Mal gucken, wo der bleibt. Wir bitten die Polizei, ruhig zu bleiben. Wir sind friedlich, also erwarten wir das von Ihnen auch, dass Sie friedlich bleiben. Wir bitten die Polizei hiermit nochmal und fordern Sie auch damit auch, friedlich zu bleiben. Unsere Versammlung hier ist friedlich und wir fordern das Gleiche von Ihnen. Wir haben jetzt die Polizei genommen oder was? Wir haben jetzt die Polizei bewaffnung. Was muss ich denn hier sehen? Sag mal. Ach, ihr sichert die nur, wa? Aber nicht mit werfen, nur sichern. Ja, also die Polizei sammelt hier die losen Pflastersteine auf, hier habt ihr auch noch